Kuckuck! Entschuldigen Sie bitte, das ist ein Notfall. Was ist denn los? Ab diesem Herbst ist alles anders. Darf ich zuschauen? Denn jeden Sonntag wartet eine kleine Überraschung auf euch. Cool. Das ist absolut mein Ding. Immer vor dem Cinemagic der Woche zeigen wir euch einen brandneuen Mickey-Maus-Kurzfilm. Mickey! Hey Mädels! Lust auf ein Picknick? Freut euch auf unseren Cinemagic der Woche mit Mickey-Maus. Jeden Sonntag 14 Uhr. Jodell, 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 jodell. Liebevoll. Nostalgisch. Brandneu animiert. Hey Mädels! Lust auf ein Picknick? Ja! Die bekannteste Maus der Welt gibt ein kurzes Stell-Dich-Ein. Kuckuck! Bloß nicht verpassen! Vor jedem Cinemagic der Woche. Mickey Maus. Jeden Sonntag 14 Uhr auf Disney Cinemagic.